Das hat man jetzt auch in jeder Trainingseinheit gemerkt, der auf dem Platz stand, durch Führungsqualitäten, durch laute Altssprache, durch Korrekturen und auch durch positive Stimmung. Aber ich finde auch, dass wir insbesondere zum letzten Spiel, das wir nicht sehr ordentlich gemacht haben, dass hier besteht für mich da auch kein Grund, gerade was die Abwehr angeht, etwas zu verändern. Bei den Verteidigen haben wir wirklich hervorragend gespielt und wir werden das Spiel abwarten, wie der Spiel verlaufen ist, inwieweit wer das schon zum Einsatz kommen kann. Vielen Dank.